Der ist bekannt vor allem durch die Overpass-API, von allen geschätzt und geliebt und erzählt uns heute was über Flächen und Kanten, ob wir die in OpenStreetMap brauchen. Ja, erstmal danke für die Gelegenheit hier zu sprechen und danke fürs Kommen und was mich auf dieses Thema gebracht hat, ist die Feststellung, dass seit ungefähr zehn Jahren darüber diskutiert wird, dass wir doch eigentlich über Flächen mappen können müssen, weil sowas wie Fußgängerzonen oder so ein wunderschöner Vorplatz hier, würde jeder Fußgänger einmal hier, ah ich kann doch mit dem Auszeiger nehmen, ich glaube das macht euch glücklicher. Ja, da würde jeder Fußgänger hier einmal quer drüber laufen, statt hier immer an der Wand lang zu laufen. Und, gut, ja, okay, ja, super, äh, war das der Knopf? Ah, super, danke, perfekt. Nee, das, so, also der, also im Prinzip ein gewöhnlicher Fußgänger würde hier quer durchlaufen und nicht an dem Rand lang. Und deswegen war für mich die Frage eigentlich, wollen wir jetzt eigentlich solche Dinge als Flächen modellieren? Wollen wir diese kryptischen Fußwege hier drauf haben oder sollten wir sie nicht einfach wegschmeißen? Weil, ich kenne die Örtlichkeit, das ist ein einheitlich geplasterter Platz, da ist kein spezieller Fußweg, der hier zu irgendwo hinführt. So, deswegen die Frage, was finde ich überhaupt in der Datenbank? Also Preisfrage mal in die Runde, was ist hier eigentlich gemäppt? Man sieht hier wunderschön eine Brücke und noch eine Brücke und einen Fluss und eine ganz große Brückenrelation. Und in Wirklichkeit ist es einfach eine flache Fläche. Wenn ich hier mit dem Auto ankomme oder auch als Fußgänger, ich kriege nicht mit, dass da ein Fluss drunter läuft. Das ist zwar ganz nett, aber diese Straße hat nicht den Hauch einer Eigenschaft von einer Brücke. Dagegen gehen andere subtile Details verloren. Wenn man jetzt mal zählt, wir haben zum Beispiel jetzt beim Linksabbiegen, hier sehen wir 1, 2 Ampeln. Wenn wir geradeaus fahren, würden wir auch 1, 2 Ampeln zählen. Oder hier überhaupt, wenn ich hier in zwei Richtungen, kurz, ich sollte mal vorwärts gehen. Moment, wo war das? Oh, das ist verloren gegangen. Wenn ich hier links abbiege, ich würde, dieser Linksabbieger hier und dieser Linksabbieger hier, würden sich überhaupt nicht in die Quere kommen, weil da wird auf der Kreuzung tangential abgebogen. Das sind all solche Details, die jetzt in diesem, wir versuchen mal die Kreuzung abzubilden, untergehen. Es gab zwischenzeitlich auch eine Variante, da habe ich kein Bild von, wo die Leute mit großem Enthusiasmus alle Fahrstreifen eingezeichnet haben. Aber das war dann eine noch größere Art, kaum auszuwerten, weil schon jetzt an jeder Kreuzung hier, man sieht das an diesen kleinen Pfeilen, mal locker noch zwei Relationen stecken, um Abbiegeverbote zu symbolisieren. Das heißt, wir haben am Ende hier in etwas, was nach menschlichem Ermessen ein großes, vielleicht auch etwas kompliziertes Objekt ist, haben wir am Ende eins, zwei, drei, vier, ich kann es jetzt gar nicht zählen, 30 oder 40 Sondereigenschaften dran. So. Darum geht es also jetzt die Frage mit, würde man das nicht besser als Fläche modellieren? Und können wir eigentlich mit Flächen nicht einfach beim Routing umgehen? Aber es gibt noch mehr Sachen, die etwas fieser sind. Frage, was kreuzt eigentlich an diesem Note? Gut, nicht alle werden mit Joseph vertraut sein. Das hier ist ein Straßenbahngleis, das hier ist eine Straße in beide Fahrtrichtungen, das hier ist ein Fußweg. Man schaut jetzt mal aufs Bild und stellt fest, da kreuzt überhaupt nichts. Der Note wäre ja im Prinzip dieser Punkt hier. Der Fußweg endet, wie zu erwarten, am Straßenrand und führt anschließend über den Bürgersteig. Das heißt also, man käme jetzt über den Bürgersteig raus in der Situation, aber es wurden schon Schlachten darum geschlagen, ob man in allen möglichen Situationen Bürgersteige einzeichnet oder nicht. Und zwar nicht ganz zu Unrecht. Ich möchte niemanden in die Fleißaufgabe stürzen, an sämtliche Wohnstraßen zu die Bürgersteige zu duplizieren. Es bläst einfach nur die Datenmenge auf. Wir haben das schon ein paar Mal gehabt. Wir haben jetzt Millionen französischer Gebäude in der Datenbank. Nicht alle sind glücklich darüber. So, deswegen, aber wir müssen mal darüber nachdenken. Wir schaffen hier also etwas. Wir sagen ja eigentlich, wir mappen Bots on the Ground, heißt die Regel. Oder eben, wir mappen das, was vor Ort da ist. Und diese Note existiert einfach vor Ort nicht. Das ist einfach eine Macke im Datenmodell. Die Straßenbahn hat getrennte Richtungsgleise, weil die Gleise getrennte Eigenschaften haben. Und die Gleise sind ja da, wo sie auch physisch sind. Das ist ja gerade das, um das es geht. Das Problem ist, diese Straße repräsentiert ein Objekt. Ich sollte einfach mal weitermachen. Diese Straße repräsentiert ein Objekt, das real eine Ausdehnung hat. Wir meinen ein Objekt, das aus Sicht des Autofahrers hat es keine räumliche Ausdehnung. Weil der Autofahrer kann ja wirklich nichts anderes machen, als auf der Straßenbahnschiene fahren. Oder anhalten, wenn eine Straßenbahn im Weg steht. Aus Sicht des Fußgängers, also der anderen Verkehrsteilnehmer, hat diese Straße eine erhebliche Ausdehnung. Das ist gerade das Problem dabei, dass die Objekte, je nachdem, wer sie für welchen Zweck anschaut, kann eine Straße eine Fläche sein. Sie kann aber auch eine Linie sein. Oder wenn man es mal allgemein sagt, bei Schienen ist es ziemlich kanonisch, dass es Kanten sind. Die kann ich auch ziemlich kanonisch reparieren. Ich kann die einfach bei den Kanten, die das Lichtraumprofil in beide Hälften ausschlagen und ich habe genau die exakt die abgedeckte Fläche. Da ist es überhaupt kein Problem. Da stellt sich auch nicht die Frage, sie als irgendetwas anderes zu modellieren. Bei Fußgängern, wir haben gerade diesen wunderschönen Vorplatz gesehen, ist es eigentlich fast immer natürlich, Flächen zu modellieren. Je länger man darüber nachdenkt, mal abgesehen von schmalen Fußwegen und Bürgersteigen. Auf allen anderen würden die Fußgänger sich sträuben, wenn da Schilder wären, dass sie nur geradeaus in quer zur Richtung laufen dürfen. Und dann haben wir noch die Straße, die ist eine Mischform. Hier haben wir ein schönes Beispiel gebracht, wie auf relativ engen Raum schnell dann von dieser Linearität nicht mehr viel übrig ist. Wir haben hier eine Bushaltestelle mit provisorischem Zusatzverkehr und der steht dann einfach auch quer über den Platz, weil er nicht anders kann. Es ist einfach nicht mehr Platz da. Im Ergebnis fange ich dann also an, fast diese ganze Fläche, so schlimm wie wir es vorhin bei den Fußwegen gesehen haben, fast diese ganze Fläche mit Kanten zuzupflastern über das, was theoretisch fahrbar ist. Und in der Praxis bei, wir müssen mal Ersatzverkehr fahren, dann auch tatsächlich gefahren wird. Dann sind wir genau bei den Bildern, die wir vorhin hatten. Oder schlimmer, dass ich so eine Kreuzung abbilde mit dutzenden Objekten, weil ich versuche, irgendwie die einzelnen Fahrstreifen zu retten. Gut, wie kommen wir da raus? Realitätsbräu braucht beides. Wir haben aber, wie jetzt gerade gesehen, an dieser Straße Strukturen, die sowohl Fläche sind, aus Sicht der Fußgänger, als auch Kanten, aus Sicht der Autofahrer. Wir brauchen also gute Tools, müssen übersetzen können, zwischen den Kanten und den Flächen. Die erste interessante Anwendung ist das Routing. Aber das Wichtige ist im Kopf zu beiden. Es bringt halt nichts in OSM, ein Tool zu haben, was jetzt wunderschön als Blackbox die Sachen ausspuckt. Eigentlich geht es darum, dass ein Mapper, wenn er die Daten sieht, die Rohdaten sieht, sich sofort vorstellen kann, was ein Router, was ein Renderer daraus machen wird. Weil nur dann wird ein Mapper mitkriegen, wenn diese Repräsentation beim besten Willen nicht mehr geeignet ist, irgendetwas Sinnvolles damit zu machen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Dinge in die Toren abbilden. Und noch besser wäre es, wenn es für einen Menschen, die Modellierung, die wir treffen, für einen Menschen wirklich auch offensichtlich ist. Und wenn wir es nicht erst wieder aus den Daten raus extrahieren müssen. Deswegen jetzt beide Wege. Die erste Frage ist, wenn wir Flächen haben, schaffen wir es dann, daraus die benötigten Kanten zu erstellen. Speziell jetzt erstmal fürs Routing. Das sieht dann in der Praxis so aus. Ich habe mir jetzt mal eine relativ komplizierte Fläche angeschaut. Das ist dieses rot angemarkerte Objekt. Und wenn man sich das anschaut, dann sind das hier all die Wege, die Kanten, die ein Fußgänger, wenn er quer über diese Fläche läuft, tatsächlich vielleicht benutzt. Und zwar immer dann, wenn er von Ecke zu Ecke kommt. Im Prinzip müsste man, wenn jetzt die Fläche Start oder Ziel ist, noch die weitere, noch unendlich viele Kanten hinzufügen. Aber das ist ein Randproblem, dass ich diejenigen am Anfang, oder im wahrsten Sinne von einem Randproblem, dass ich diejenigen am Anfang um ein paar Meter eventuell versetze. Der Punkt ist, wenn wir es jetzt hier auf die Kanten schon mal runtergebrochen haben, kann so ein klassischer Routing-Algorithmus, wie wir ihn hatten, damit er umgehen. Der ist ja glücklich, wenn er einfach schon ein Kantenmodell hat. Frage ist also, schaffen wir es, Flächendaten in Kantendaten umzuwandeln? Dann wissen wir, dass die Flächen kein Problem sind. Dann wissen wir, dass wir alles als Flächen modellieren können. Kreuzungen, Straßen, bei denen die Fußwege ein Problem sind. Ohne, dass wir andere Tools ins Unglück stürzen, weil es sich eben darauf abbilden lässt. Und die gute Nachricht ist, das ist nicht schwierig. Deswegen will ich jetzt das mal skizzieren, in der Hoffnung, dass unsere Standard-Router und auch so etwas wie Editoren damit demnächst dann mal umgehen können. Der erste Schritt ist, die Flächen zusammenzukleben. Hört sich jetzt erst mal blöd an, aber das ist etwas, was zum Beispiel, ich habe hier mal einen Fall genommen, der nicht ein Bahnsteig ist. Mir ist es bei zahlreichen Bahnsteigen aufgefallen, dass es einfach Bahnsteigteile gibt, die verschieden benannt sind, meistens die Gleisnummern, und dann aber zusammengeklebt sind. Es gibt hier aber auch eine Struktur, wo jemand die verschiedenen Hinterhöfe von den Häusern, die zusammenbegehbar sind, zusammengeklebt hat. Deswegen, um ein sinnvolles Routing zu machen, auch hier würde ich ja nicht an den Kanten langlaufen wollen, müsste ich hier diese Flächen erst zu einer großen Fläche zusammenkleben. Das geht erfreulicherweise auch relativ einfach. Ich kann mir einfach letztlich aus allen Flächen alle Paare machen. Ich kann die Flächen mit verschiedenen Level-Tags, das ist noch etwas, auf das ich achten sollte, oder aber auch, wenn Hindernisse dazwischen sind, getrennt belassen. Und dann kann ich mit mehr als einer angrenzenden Fläche, das ist ja das, was hier passiert, zum Beispiel diese Fläche grenzt über diese Kante an diese Fläche, ohne dass da jetzt spezielle Text dran sind, kann ich dann die Knotenfolgen einfach verschmelzen. Schauen wir uns an, was dabei schief gehen kann. Erst noch vorab ein Hinweis. Eigentlich müsste man sich noch darum kümmern, die halbe Fahrzeugbreite zu entfernen. Ich bin aber jetzt gerade hier beim Fußgänger-Routing. Ein Fußgänger hat eine Breite von, sagen wir mal, 60 Zentimetern. Da können wir das jetzt erstmal vernachlässigen. Deswegen werde ich da erstmal nicht weiter darauf eingehen. Wir wollen uns erstmal anschauen, was kann dabei schief gehen. Es könnte sich schneidende Segmente geben, bei gleichem Level-Tag. Das lässt sich aber reparieren, wenn ich beim Verarbeiten der Daten diese zusätzlichen benötigten Punkte einfüge und entsprechend meine Kanten aufteile und entsprechend auch die aufgeteilten Kanten in den Flächenumriss einfüge. Es kann sein, dass es mehrere gemeinsame Knoten gibt und, das ist die wichtige Nebenbedingung, dass die Knoten der Kantenfolge dazwischen liegen in der anderen Fläche. Das ist ein Problemfall. Das ist eigentlich harmlos. Hier will ich nur die Flächen nicht zusammenfügen. Das ist ein Problem. Warum ist es überhaupt ein Problem, wenn sich die Flächen überschneiden? Gut, ich könnte einen Router haben, der anschließend, der Router wird ja nicht nochmal separat auswerten, ob die Flächen sich überschneiden, der einen anschließend von hier erstmal nach hier schickt, um einen dann darüber zu schicken, je nachdem, wo das Verkleben stattfindet. Das können wir aber auch reparieren, indem wir hier die eine Kantenfolge, zum Beispiel diese blaue Kante, ersetzen durch diese hellgrüne Kante. Dann hätte eben die Fläche vor dem Verschmelzen diesen Umriss mit der hellgrünen Kante. Nach dem Verschmelzen der beiden Flächen fällt dann die hellgrüne Kante ja sowieso weg. Und der letzte Fall, den wir beachten müssen, ist, es kann vorkommen, dass eine Fläche komplett in einer anderen Fläche drin liegt beim Routing. Das wir aber auch, wo wir es einfach ganz einfach beheben können. Wir können die innere Fläche einfach ignorieren. Das Gute ist, die Aufzählung dieser Fehlerarten ist abschließend. Das heißt also, jede Fläche, die diese drei Tests passiert, lässt sich richtig routen. Noch besser, wir haben ja vorhin dieses Wegenetz auf diesem Vorplatz gesehen, was quer drüber führt. Solche Wege werden ebenfalls von diesen Fehlertests abgedeckt. Und die können wir auf dem Weg auch zuverlässig entsorgen. Das heißt, die Anwesenheit der Wege richtet zumindest keinen Schaden an. So, und die noch bessere Nachricht, da sind algorithmisch nur relativ einfache Dinge für erforderlich. Man muss es nur sortieren können, man muss Schnittpunkte von Kanten können und Punkte in Flächen können. Das kann jede Bibliothek und jeder Informatikstudent sehr gut. Die nächste Aufgabe wäre, laufbare Kanten zu erzeugen. Auch das geht relativ gut. Grundsätzlich müsste ich für jedes Paar verschiedener Knoten einer Fläche die Kanten als laufbar definieren. Interessant sind die Fälle, in denen es nicht geht. Ich muss solche Segmente herausnehmen, bei denen ich den Rand der Fläche schneiden würde. Einschließlich des Falles, dass ich am Rand langlaufe. Warum? Hier kann ich auch eigentlich besser laufen, indem ich erst auf dem Rand laufe und hier nur zum Schluss den Platz quere. Das ist genauso lang wie diese Verbindung. Ich werde mir den kompletten Beweis jetzt mal sparen, dass man damit auskommt. In dem Fall, wir kommen mit dem Schnitttest nicht ganz aus. Wir müssen auch noch prüfen, ob die Mitte des Segments innerhalb oder außerhalb liegt. Wenn ich zum Beispiel von hier nach hier laufen würde, würde die Mitte des Segments innerhalb liegen. Von hier nach hier würde die Mitte des Segments außerhalb liegen. Das heißt also im Grunde genommen, diese Kante müsste ich auch noch ausschließen. Und danach lande ich eben wieder genau in der Situation, die ich haben wollte. Erstens, wir erwischen genau die richtigen Segmente und wir landen wieder genau bei dem Graph, den wir eigentlich auch haben wollten. Wir landen wieder genau bei dem Graphen, den wir haben wollten. Wenn wir genau diese Tests machen. Und das Gute ist auch dabei, die Fehlertests sind abschließend. Das heißt also, die Kriterien sind abschließend. Das heißt also, ich kriege genau die richtige Menge der Segmente, wenn ich diese relativ einfachen Schritte mache, dass ich Segmente, die außen laufen, abschneide und Segmente, die schneiden, abschneide. So, die Frage ist natürlich trotzdem jetzt, das ist grau aus alle Theorie, kriegen wir das auf realen Daten hin? Ich habe es leider auf die Stelle nicht geschafft, es auf ganz Dach zu testen. Ich habe jetzt erstmal nur auf NRW getestet. Da ist es so, dass es überhaupt generell nur etwa zwei Flächen pro 1000 Ways gibt, von der Menge her. Die größte Fläche hat ca. 400 Knoten. Das ist ein Weg, der in einem Zoo drin steckt. Und ich kenne den Zoo zufällig auch persönlich. Das ist überhaupt keine Fläche. Die Zoobetreiber möchten eigentlich, dass man da auf dem Weg linear durchgeht. Das ist im Zoo mit Gelsenkirchen für diejenigen, die mit der Region vertraut sind. Und da hat einfach nur ein Mapper große Liebe zum Detail gehabt, diesen Zoo zu modellieren. Die zweitgrößte Fläche ist eben diese Fußgängerzone von Frechen, wo auch jemand viel Liebe zum Detail bewiesen hat, hier alle Randknoten mit zu modellieren. Die ist dann hier in diesen 100 bis 200 Knoten drin. Fast alle anderen Flächen haben weniger Knoten. Das resultiert darin, dass wir, wenn wir alle Flächen, wie jetzt gerade beschrieben, durch diesen Kantengenerator jagen, dass wir etwa 20% mehr Kanten haben als vorher. Das ist die Frage, womit man sonst vertraut ist. Wenn man jetzt eher mit wirtschaftlichen Zusammenhängen vertraut ist, dann klingt 20% erstmal sehr viel. Für Informatiker ist das eigentlich eine gute Nachricht. 20% Luft habe ich in jedem System drin. Das tut nicht besonders weh, wenn ich 20% mehr Kanten habe. Schlimm wäre es, wenn wir jetzt 10 mal so viele Kanten hätten wegen der Flächen. Das heißt eigentlich, es ist sehr gut beherrschbar. Wer nachgucken will, das ist übrigens dieser Weg, der dann die zweitgrößte Fläche darstellt. Fazit, das Routen auf Flächen wäre schon jetzt problemlos machbar. Wir müssen es nur einfach mal implementieren. Und es ist tatsächlich nicht einmal besonders aufwendig, es zu implementieren. Frage ist, wie sieht es andersherum aus? Das war ja der Fall, den wir schon gesehen haben. Wir hätten hier ja gerne eigentlich eher diese Randfläche, auf der der Fußweg endet. Wobei es eben fürs Autofahren total beschissen ist, wenn ich diese Fläche habe, statt dass ich hier einen Weg durch habe, über den ich direkt ruten kann. Da haben wir das Problem, nur rund 1% aller Ways mit dem Key Highway haben das Tag Width explizit gesetzt. Und wenn wir es versuchen, implizit aus dem Straßentyp herzuleiten, haben wir große Fehlerzahlen. Ich habe mir einfach mal zwei Straßen bei mir um die Ecke rausgesucht. Beide sind Tertiary. Die eine ist 6 Meter breit. Die andere ist 14 Meter breit. Und das kann ich den Tags nicht einsehen. Die sind beide einfach mit Tertiary und ihrem Namen getaggt. Und das durchzuziehen auf dem ganzen Straßennetz, auch nur an allen Stellen, wo es relevant ist, macht genauso viel Spaß, wie explizit Bürgersteige zu malen. Das weiß ich noch nicht, ob man das wirklich den Meppern antun möchte. Ich mir vielleicht nicht unbedingt. So, es gibt für die Fußgängerierung einen sehr guten Ansatz aus dieser Bachelorarbeit von Nathanael Lang. Da müsste es auch gestern was zugegeben haben für diejenigen, die gestern schon da waren. zur Generierung von Fußwegen an Straßenflächenrändern. Und da war er nämlich eigentlich auch sehr erfolgreich. Er löst nämlich neun von zwölf Testfällen richtig. Und die anderen drei Testfälle sind solche Kreuzungen, wie wir sie vorhin gesehen haben. Diese Kreuzungen ganz von Anfang, wo es ums Ratespiel geht. Und da kommt man halt an Punkte, wo es sehr schwierig wird abzuschätzen, ist jetzt da in der Mitte zwischen den beiden Fahrbahnen ein Fußweg oder nicht, wenn das jetzt Brücken sind und eigentlich auch gar keine One-Ways und so weiter. und hört sich ja erstmal sehr viel sprechend an. Aber wer mit sowas arbeitet, weiß, wenn die letzten 25 Prozent der Daten auch trotz intensiver Arbeit scheitern, selbst wenn man den Aufwand verzehnfacht, man hat noch Millionen Fehler. Das wird sehr lange dauern, bis man das in den Griff kriegt. Deswegen, während es relativ leicht ist, aus Flächen Kanten zu generieren, ist es sehr schwierig, aus Kanten wiederum Flächen zu generieren. Flächenrouting ist sehr einfach. Flächen aus Kanten ist sehr schwierig. Geht allenfalls in günstigen Einzelfällen. Da heißt es, das Fazit für MEPA wäre, Schienen, klar, sind kein Problem als Kanten. Bei Fußwegen bietet es sich an. Gut, wenn es ein Fußweg ist, kann man ihn als Linie verzeichnen. Aber mit in allen anderen Fällen, es wäre eigentlich sinnvoll, es als Fläche zu modellieren. Ich kann verstehen, dass es Hemmungen gibt, solange noch nicht alle Tools Flächenrouting beherrschen. Aber ganz klar die Motivation, wir wollen Flächenrouting haben, damit wir endlich auch Flächen als Flächen und auch ohne Innenleben Wege sehen. Und bei Straßen muss man sehen. Ich persönlich würde sagen, es würde Sinn ergeben, bei Kreuzungen einfach auch eine Fläche zu haben vom Typ Junction Box. Das ist ein Konzept, was tatsächlich existiert im englischen Sprachraum. Aber das große Fass möchte ich nicht aufmachen. Ich kann verstehen, wenn die Leute, die das Pkw-Routing machen, sagen, sie sind mit dem Zustand glücklich. Die Fälle, die ich mir angeschaut habe, haben beim Routing auch ausreichend gut funktioniert bei komplizierten Kreuzungen. Deswegen würde ich sagen, mich interessieren die Fußwege. Dafür allein lohnt sich das Flächenrouting. Straßen wäre ich nicht abgeneigt, würde ich mich aber nicht drum kümmern, weil zu viel Aufwand. So, danke für die Aufmerksamkeit. Roland, vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, halb Frage, halb Anmerkung. Ich habe das mit den Kanten auf Flächen bereits probiert bei einem kleinen Teststück und bin draufgekommen, dass das Routing mit Contraction Hierarchies, wie es die Open Source Routing Machine verwendet, schlecht bis gar nicht funktioniert, weil der Vorbereitungszeit exponentiell in die Höhe schießt, je mehr Flächerkanten von einem Punkt aus weggehen. Wenn wir jetzt eine große Fläche haben, die innen sehr viele Punkte hat und wo ich dann an einem Eckpunkt der Konkafis innen 100 Linien an die äußeren Knoten gehe, dann hängt sich der Contraction Hierarchies Algorithmus einfach auf. Guter Punkt. Über die Details vom Contraction Hierarchies Algorithmus weiß ich nicht, ob das ein behebbares Problem ist. Mathematisch intrinsisch sollte es eigentlich nicht bestehen. Müsste man sich anschauen, was in dem Algorithmus genau für eine Annahme getroffen ist und ob und wie man die beheben kann. Okay, ich habe mal eine Frage zur Gnadenfrist für die Routing-Hersteller. Also ich sehe es so, im Moment ist es ja so, dass wenn ich eine Fläche habe, dann ruhe ich halt am Rand der Fläche entlang. Das ist, wenn das ein Domplatz ist, nicht besonders schlimm. Also der Fehler, den ich mache, wenn ich einmal da rumgehe oder einmal quer drüber, kann man, glaube ich, vernachlässigen. Wenn ich aber jetzt hergehe und modelliere eine drei Kilometer lange Straße als Fläche und sage, naja gut, wenn du da rüber willst, dann musst du halt über die Fläche routen und wenn du am Rand entlang routest, bist du ja selber schuld, dann habe ich ja ein echtes Problem im Routing. Wird man sowas vermeiden können oder also bei der Umstellung auf Flächen? Also erstmal, das ist nicht die konkrete Ankündigung einer Umstellung. Das ist, bevor jetzt hier irgendwelche Gerüchte entstehen. Ich habe Ihnen nicht die API 07 angekündigt, für diejenigen, die mit dem Phänomen vertraut sind. Was bisher passiert ist, also ich gehe mal davon aus, dass es, wir haben ja gesehen, bei den Straßen ist es ein Mischfall. Bei den Straßen würde ich jetzt nicht, ausdrücklich nicht empfehlen, sie als Fläche zu modellieren. Es bleiben die Fälle, wie Sie gerade gesehen haben, mit den Straßenbahnschienen, wo man drüber nachschauen will, wie man es lösen will. Weil zur Zeit müsste ein verantwortungsvoller Router darüber informieren, dass eine Straßenbahnschiene gequert wird. Oder aber einen auch nicht gerade einfachen Algorithmus haben, der die Fälle erkennt und abfängt. Von dem Fall, wo ich zum Beispiel auf einer Mittelinsel meppe, weil ich einen Mittelbahnsteig habe, mitten in der Straße. Gibt es ein paar Fälle, zum Beispiel in Mülheim oder auch in Bonn. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es bei Straßen großflächig jemals jemand umstellen wird. Aber ich würde eben schon für die Fußgängerzonen, speziell für Plätze, würde ich es mir wünschen, wenn das bei den Contaction Hierarchies ein Problem ist, sollte man darüber nachdenken. Ich glaube, dass es sehr viele andere Leute wünschen, denn das ist jetzt ein privat motivierter Vortrag. Aber wir bei der Firma Menz haben aus genau diesen Gründen eben einige von diesen Verzierungen zu verantworten für die Plätze und wurden dafür kräftig geprügelt. Das heißt, es gibt einige Leute, die diese Verzierungen mit diesen Zusatzwegen sehr unglücklich sind. Und da muss man schon damit rechnen, dass früher oder später der eine oder andere auch darauf drängen wird, dass sie wieder entfernen wird. Oder ich würde auch bei neuen Plätzen diese Verzierungen nicht automatisch hinzufügen. Das heißt also im Prinzip, für das Fußgängerrouting sollte die Maschine es können. Für das Straßenrouting würde ich erwarten, dass es da nie eine Umstellung gibt. Ich hätte noch eine ganz kurze Anmerkung. Und zwar, du hast dich jetzt ganz auf das Routing konzentriert in Bezug auf der Schwierigkeit, was jetzt besser zu bearbeiten ist. Für das Rendering sieht es meiner Ansicht genau andersherum aus. Kannst du es zum Grunde mal da lassen? Die Frage wäre, was ist das konkrete Problem beim Rendering? Für das Rendering willst du ja oft, je nachdem, wie du deinen Kartenstier gestaltest, Linien darstellen. Und wenn du jetzt ein grob, im Groben betrachtet, linienartiges Objekt hast, wie eine Straße ja oft ist, und wenn du die als Fläche mappst, daraus wieder eine Liniengestaltung zu erzeugen, sprich Skelettieren, ist gigantisch aufwendig. Ja, also ich weiß, also um nochmal darauf hinzuweisen, ich würde ausdrücklich saug bei den Fußwegen, wenn es sich um eine ziemlich klar linienartige Struktur handelt, den Leuten nahe legen, es auch als Linie zu mappen. Was ich nicht möchte, ist zerstückelte Wege, mit alle fünf Meter ändert sich der Wizz, weil die Leute versucht haben, irgendwie ein Profil in einen Weg rein zu quetschen. Womit ich eben auch nicht glücklich bin, ist, wenn die Leute die Geometrie vergewaltigen, wie jetzt in diesem Straßenbahnbeispiel, um irgendwie diese Linie zu retten. Das ist, wie jemand angemerkt hat, die einzige gangbare Lösung da wäre, an der Straße explizite Bürgersteige anzulegen, um dieses Problem abzufangen. Das wäre die einzige pragmatische Lösung da, wo man vielleicht auch einen Not dran macht, dass man deswegen da die externen Bürgersteige dran macht, an der Straße. Und ich denke aber schon, dass es beim Platz, weil das nämlich speziell jetzt von den Open Station Map Leuten ist an mich der Wunsch herangetragen worden, ob man nicht im Indoor-Bereich die Sachen flächendeckend mit Flächen ausstatten kann, damit man auch sehr ränderängsichtig die Garantie hat, dass man ein vernünftiges Kartenbild hat, wenn ich sicher bin, dass ich an jedem Punkt der Fläche auch eine Oberfläche habe. Eine kurze Frage geht noch. Ja, du hattest ja vorhin dieses Bild, wo du gesagt hast, hier, ich synthetisiere diese folgenden Fußwege quer über diese Fläche. Und da frage ich mich, was ist jetzt, wenn mitten auf dem Platz ein großer Springbrunnen steht? Und deine Wege, die gehen alle mitten durch den Springbrunnen durch. Erwartest du dann, dass der bei OpenStreetMap als Loch in der Fläche gemappt ist, damit das alles funktioniert? Der Vortrag hätte eigentlich mehr Zeit gefüllt. Dazu hatte ich diesen Punkt, den ich großzügig unter den Tisch abfallen lassen. Ich finde ihn ja, doch, ich finde ihn jetzt hoffentlich schnell genug. Es gab diesen zweiten Punkt, den ich einen Strich gefaltet habe mit, wir sollten eine halbe Fahrzeugbreite als Reserve vorsehen. Das wäre letztlich ein Kragen, den ich generiert um ein einzelnes punktförmiges Objekt drum herum legen müsste. Das ist auch der Fall, der diesen Nebenfall eliminiert, dass ich Flächen habe, die an mehreren Punkten aufeinanderstoßen, wo ich eigentlich auch nicht weiß, was da sauber los ist. Es ist eigentlich auch ein Fehlerfall, der beruht, dass ich diese Sache mit den halben Fahrzeugbreiten und den Tisch fallen lassen habe. Man würde beides korrigieren, wenn man das richtig beachtet. Aber du müsstest dazu ja, wenn du jetzt diesen Platz analysierst und da ist so ein Note mittendrauf, der heißt irgendwie hier Springbrunnen oder von mir aus auch ein kleines Kiosk, was als Gebäude gezeichnet ist, müsstest du ja erst mal erkennen, dass das praktisch überhaupt für dich relevant ist und kollidiert mit deinem, ja, also hier ist, wenn es jetzt nur ein Papierkorb wäre, dann ist er für dich irrelevant. Da kann er ja praktisch dran vorbeilaufen, aber da muss der irgendwie so ein bisschen eine Logik dann für haben. Dazu müsste man wissen, um was für ein Objekt es sich handelt, wieder schätzen, wie die Breiten von dem Objekt sind. Das ist richtig. Das ist, auch beim Papierkorb tut es sehr weh, vom Verkehrsschild und Pollern kann ich es aus eigener Erfahrung sagen, aus angeregter Unterhaltung, es tut sehr weh, wenn man versucht, drüber zu laufen. Auch da wäre es sinnvoll, drum herum zu routen. Deswegen ist es, wenn man den prinzipiellen Mechanismus hat, es ist die Frage, ob man zusätzlich zu den Fahrzeugbreiten bei solchen Objekten Zuschläge macht. Ich würde das ungern direkt verkaufen, weil wir hatten nämlich auch eine politische Debatte darum, ob, wenn ich aus einem Bahnsteig Treppen habe, die nach unten oder raus führen, ob ich noch eine explizite Balustrade malen möchte. Ich möchte diese Balustrade gern sehen, denn es ist ein Wahnsinn, aus Treppen, die 1,50 Meter und vielleicht auch mal wegen Ungenauigkeit 2,50 Meter auseinander sind, rauszuraten, ob dazwischen jetzt noch ein Durchgang ist und wo jetzt der Schwellwert ist und wird auf beide Seiten zu viele falsche Fälle haben. Deswegen würde ich die Leute eigentlich eher dazu anhalten wollen, wenn ich ein Objekt für relevante Ausdehnung habe, auch ein Loch im Platz zu lassen. Wenn es wirklich nur ein Papierkorb ist, der im Wesentlichen punktförmig ist, dann reicht eben auch diese halbe Fahrzeugbreite. Also dann reichen auch die 60 Zentimeter Umkreis. Nochmal vielen Dank, Roland, für den Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.